Der Rentenwahnsinn. Volle Rente neben dem Hinzuverdienst, kassieren die neuen Hinzuverdienstregelungen aus dem Jahr 2020, 2021, machen es möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der absolute Rentenwahnsinn. Für das Jahr 2020 gilt ja bekanntlich die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten von 44.590 Euro. Und ich hatte ja kürzlich in einem anderen Video berichtet, dass die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2021 auf 46.060 Euro angehoben worden ist. Das heißt also, wer im Jahr 2020 eine vorgezogene Altersrente in Anspruch genommen hat und dabei 44.590 Euro verdient hat, der hat praktisch zwölfmal Rente anrechnungsfrei bekommen, neben seinem Hinzuverdienst. Und genauso wie das Jahr 2020 endet, beginnt ja das Jahr 2021 für diese betreffenden Rentnergruppen wieder neu. Das heißt also, im Jahr 2021 können genau die gleichen Rentnerinnen und Rentner, wenn sie noch nicht die Regel Altersgrenze erreichen, im Jahr 2021 wieder zwölf volle Renten anrechnungsfrei neben den Hinzuverdienst haben, wenn sie nicht mehr als 46.060 Euro verdienen, neben der Rente. Und jetzt kommt noch was dazu. Die Versicherten bekommen ja für die Zeit, wenn sie verdient haben im Jahr 2020 und 2021, on top aus den Verdiensten noch Entgeltpunkte abschlagsfrei bei Erreichen der Regel Altersgrenze auf ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Was will man mehr? Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.